Was ist da jemand? Wer ist da draußen? Da schwappliam! Danke, ich bin hier, falls es Probleme gibt. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Danke, ich bin hier, ich bin hier. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. Irgendwas stimmt nicht. Wir sollten gehen. Das war's für heute. Werfe eine Rauchgranate! Weiter! 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 Schütz mit der Kapitän! Erster Start! Los! 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 Stop! Feuer nach Eickel, MMS! Ich brauche Munition, du Tenant! Ich brauche Munition, du Tenant! Ich darf nicht gehen! Hilfe! 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 Ich brauche Munition! Ich brauche Munition! Wir müssen die Gardition erreichen! Ja, das ist ein Volker! Da geht sie fest! Ja, was ist so weit? Gründe sehr! Feuer! Na los, kommt schon! Und rennt! Aufmündungsteuerartig festladen! Immer drauf! Geht's, Geht's, Geht's! Da stecken die Festlage! Immer drauf! Immer drauf! Rutschenblech! Feuer! Werfe eine Rauchgranate! Schnell los! Halt der Vorrück! Na los! Komm schon! Hey! 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 Der Deutsche ist noch drin. Wir müssen ihn töten. Alle bereit machen! Hier. Rousseau, wir brauchen da drin Raum. Das Foyer sichern und das Gebäude durchkämmen. Feindliche Entfernung bekommen. Gehen wir es an. Bereich gesichert! Daniel, Sosman, geht nach oben und sichert den ersten Stock. Wir räumen hier unten weiter auf. Ich bin ein Freund! Ich bin kein Nazi! Runter! Runter! Daniels, du musst den Feind sichern! Raum sichern! Daniels! Hab einen Verbandkasten! Wir brauchen Verteidigungen! Die Deutschen werden bald hier sein. Von hier aus sehen wir, wenn sie kommen. Wenn sie zu nahe kommen, nehmt die Molotows. Die gesamte Stadt kämpft mit uns. Wir haben es fast geschafft. Sie werfen Rauch auf die Straße. Da kommen sie! Daniels, Ziel auf den Fahrer. Alle anderen warten, bis sie in Reichweite sind. Allgemein! Hengis, Feuer öffnen! Wir dürfen nicht auf die Brücke! Flammenwerfer vor uns! Den Flammenwerfer ausschalten! Strafschützen mit Gebäude hier setzen wir selbst! Die kommen uns zu nah! Feindkontakt direkt vor uns! Molotovs einsetzen! Schmeiße eine Granate! Halbketten kommen über die Brücke! Das Halbkettengeschütz aufschalten! Körger! Lass uns preliminärer! Lass uns im Spaß! Du hast dein Himmelger! Hörger du Körper! Hörger du Körper! Lass uns das! Lass uns das! Drei Schmelzerre! Die Wagen einen Vorstoß, Motocop-Cocktails einsetzen. Werfe eine Granate! Granate! Die Wagen einen Vorstoß, Motocop-Cocktails, Motocop-Cocktails! Wir müssen hier weg! Komm strong, Daniel! Achtung, Halbkettenfahrzeug! Daniel, schau dir die ganze Schleppungszeit, die Halbketten aus! Aspekt! Tempo, Tempo! Sie ziehen sich zurück! Rückzug! Wir haben es geschafft! Wir haben sie zurückgedreckt! Wir haben es geschafft, Daniel! Zurück zu den anderen! Hey, la schreie de la fuite! Schau dir die Füße davor! Ausgezeichnet, Jungs! Ausgezeichnet! Wir haben sie! De Gauls Truppen drängen in die Stadt ein! Vielleicht gibt's doch noch Champagner und Kaviar für uns! Hey Daniels! Ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid! Das sollte dich nur aufhalten! War ja klar! Ja! Stadt des Lichts! Finde, das sollten wir feiern, was, Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück! Paris ist wieder Französisch! Das hier ist noch nicht vorbei! Der Krieg dauert an! Mann, Pearson, Spielverderber! Der Krieg dauert an! Das ist Ternus, John! Das ist Ternus, John!